Hi! In diesem Beitrag bereiten wir den Einstieg in die berühmten »Meditationes de Prima Philosophia« vor, »Die Meditation über die erste Philosophie« von René Descartes. Wir klären folgende Fragen. Was wollte Descartes mit diesem Werk erreichen? Welche drei Thesen vertritt er in seiner Schrift? Damit kommen wir auch schon auf den Substanzdualismus bei Descartes zu sprechen. Um den Substanzdualismus allgemein, seit Platon, ging es bereits im vorausgegangenen Beitrag. Hier und jetzt springen wir direkt ins 17. Jahrhundert und damit in die Epoche der Neuzeit. Bereits in seiner »Abhandlung über die Methode« von 1637 schwört René Descartes allen Autoritäten ab, wenn es darum geht, den Wahrheitsgehalt von Erkenntnissen zu beurteilen. Was wahr sei und was nicht, so der Gedanke, das könne nur er allein beurteilen und niemand sonst, egal ob Papst, Präsident, Professor oder welche Persönlichkeit auch immer. Doch die systematische Darlegung, wie ein solcher eigenmächtiger Erkenntnisgewinn denn gelingt, den bringt Descartes erst ein paar Jahre später in den Meditationen. Anderen Autoritäten, also wichtigen, anerkannten Persönlichkeiten, denen räumt Descartes darin die Rolle ein, sein Vorhaben zu überprüfen und nach Möglichkeit zu unterstützen. Warum ist ihm das so wichtig, wenn doch sowieso nur er und er allein, stellvertretend für das Individuum, Wahrheit erkennen kann? Ganz einfach? Descartes nimmt an, dass sein Gedankengang, der auf eine komplexe Beweisführung hinausläuft, nur von sehr wenigen Leuten verstanden werden würde oder wenigstens geglaubt. Deshalb braucht er sozusagen den Segen einiger namhafter Denker, nämlich der Doktoren der Theologischen Fakultät von Paris. An diese Herren richtet sich René Descartes in einer Widmung, die den Meditationen vorausgeht. Darin betont er die Notwendigkeit, nachzuweisen, dass die menschliche Seele nicht mit dem Körper untergehe und dass Gott existiere. Und zwar um Ungläubige von diesen Gewissheiten des Glaubens zu überzeugen, allerdings – und das ist der Clou – nur mit Hilfe des Verstandes. Als Beweggrund für sein Vorhaben nennt René Descartes die von Papst Leo X verkündete Forderung an christliche Philosophen – doch bitte einen Beweis dafür zu erbringen, dass der Geist nicht mit dem Körper zugrunde gehe. Zum Schluss der Widmung führt der Denker als Ziel seiner Schrift an, zweifelsfrei die Existenz Gottes sowie die Unterscheidung der Seele vom Körper beweisen zu wollen. Der Zusatz zum Titel der ersten Auflage der Meditationen stammt von Marine Mersenne, der zeitweilig die Korrespondenz von Descartes verwaltete. Titel und Zusatz lauten wie folgt – Meditationen über die erste Philosophie, in der die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele bewiesen wird. Descartes, wohlgemerkt, schreibt in einem Brief von Constantine Heuchens, er glaube, die Unkörperlichkeit der Seele demonstrieren zu können. Gegenüber Mersenne betont er später, dass er zur Unsterblichkeit der Seele nichts zu sagen habe, da er nicht beweisen könne, dass Gott die Seele nicht zu zerstören vermag. Dieses Argument bringt Descartes auch in seiner eigenen Zusammenfassung der Meditationen unter, die ebenfalls dem Werk vorangestellt ist. Der Zusatz der zweiten Auflage stammt schließlich von Descartes selbst und entspricht dessen eigentlichen Beweiszielen. Titel und Zusatz lauten diesmal wie folgt – Meditationen über die erste Philosophie, in denen die Existenz Gottes und die Verschiedenheit der menschlichen Seele vom Körper bewiesen wird. Die Wahrheit der These, Körper und Seele seien verschieden, ist eine notwendige Bedingung für die Wahrheit der These, dass die Seele unsterblich sei. Aber keine hinreichende Bedingung. Das heißt, selbst wenn es Descartes gelingt, zu beweisen, dass Körper und Seele verschieden sind, dann reicht das noch nicht aus, um sicher zu sagen, dass die Seele deshalb auch unsterblich sei. Die Motive und Argumente, die Descartes für seine Annahme von Körper und Geist als zweierlei verschiedene Substanzen anführt, werden in den kommenden Beiträgen untersucht. An dieser Stelle seien nur schon einmal die drei wichtigsten Thesen zusammengefasst, die Descartes mit seinen Meditationen beweisen will. Die Annahme, dass es zwei unterschiedliche Arten von Substanzen gibt, die je unabhängig voneinander existieren, diese Annahme wird Substanz-Dualismus genannt. Descartes nimmt eine denkende Substanz und eine ausgedehnte oder materielle Substanz an. Diese Annahme geht mit folgenden drei Thesen einher. These 1 besagt, dass es ein denkendes Ding gibt. These 2 besagt, dass denkende und materielle Dinge, sofern letztere existieren, real verschieden sind. Und These 3 besagt, dass tatsächlich auch materielle Dinge existieren. Descartes' Deduktion, also Ableitung hin zu der Annahme zweier Substanzen, die beginnt unter dem Leitgedanken, etwas Stabiles und Bleibendes in den Wissenschaften errichten zu wollen. Dieser Gedanke lässt sich auch als die ausschlaggebende Motivation für die Durchführung der Meditationen lesen. Das heißt als dasjenige Motiv, dem sich die eben genannten Beweisziele aus dem Titelzusatz unterordnen. Diese Ziele erachtet Descartes als bereits bewiesen an, wenn er sich in der sechsten Meditation wieder seinem Leitgedanken widmet. Und da kommt er dann zu dem Schluss, in der Tat ein Fundament errichtet zu haben, um aus der Wahrnehmung gesichertes Wissen zu gewinnen. Um dorthin zu gelangen, bedurfte es eines systematischen Umsturzes all der Grundsätze, auf denen sämtliche bisherige Überzeugungen ruten. Einen solchen Umsturz nimmt der Philosoph mit dem radikalen Zweifel vor. Um diesen radikalen Zweifel und dessen Grenzen geht es im nächsten Beitrag über die erste Meditation von René Descartes. Bis dahin, alles Gute und danke fürs Zuhören. 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 Zuhören.